Eine Spitzkehre als Brücke, wer hat sich das noch nicht gewünscht? Ich zeige euch heute, wie ihr das schnell und einfach selbst zusammenscriptet. Also bleibt dran, bis nach dem Intro. Ja, diesen Mod finden wir leider nicht im Forum, den finden wir nur im Workshop. Das ist aber auch ganz einfach, da sucht ihr dann unter dem Transport Fever Workshop nach Pond Divers, so heißen die nämlich. Und klickt dann hier mit dem Mausrad drauf und dadurch erfahrt ihr hier die ID von diesem Mod, das wäre 858. Und ich merke, also ich merke mir immer die ersten drei und die letzten drei, also 858.0.1.1. Das wäre die ID dieses Mods. Und dann ist, so wie beim letzten Tutorial, am besten, wenn ihr die beiden Bildschirme nebeneinander legt. Ich habe hier noch den Mod offen für die Drag Rules Plus, denn da möchte ich euch gerne noch was anderes zeigen, wie ihr jede mögliche Spitzkehre machen könnt, die ihr wollt. Und so, was ich immer als erstes mache, manche fügen hier ihre Workshop-Sachen ein, das mache ich persönlich immer raus. Und wir müssen hier beim Mod gucken, bei der Mod.lua, dass hier nichts durcheinander kommt. Und zwar bekommt das Spiel gerne, oder zickt das Spiel gerne rum, wenn ihr, wenn dieses Spiel sozusagen hier Prefixe bekommt oder feste Daten. Ja, ich weiß nicht genau, wie man diese Dinger hier nennt. Auf jeden Fall, das ist eine Weiterleitung zu einer Datei. Und in der Datei steht dann halt zum Beispiel drin, ja, okay, der Name, ja, wir können hier mal kurz reingucken. Der Name ist Spitzkehre. Und wenn diese zwei Dateien irgendwie mit einem anderen übereinstimmen, kriegt das Spiel irgendwie immer ein bisschen, ja, Probleme. Deshalb schreibe ich hier gerne immer rein, was es ist. Also es ist einfach die Spitzkehre. Und dann, was ich immer gerne dann, oder davor mache, ich schreibe Juli davor, das Spitzname von mir. Dann weiß ich, okay, das ist meine geänderte Datei von den Spitzkehren. So, das speichern wir einfach ab. Das ist nämlich schon mal das Erste, was wir ändern müssen. In der Description, die könnten wir eigentlich rausnehmen, die lest sowieso kein Schwein. Also ich zumindest nicht. Das wäre schon mal das Erste, was wir hier machen. So, dann geht es weiter. Wir gehen in den Restordner und gehen unter Construction Stations Rail und gehen dann hier in die Construction rein. So, das sieht jetzt für den einen oder anderen am Anfang ziemlich komplex aus. Ist es aber nicht wirklich. Wir scrollen nämlich ganz nach unten. So, hier sehen wir nun die Edge List. Und zwar sehen wir, dass es ein Track ist. Das heißt, es ist ein ganz normales Gleis, so wie wenn wir jetzt ein Gleis ziehen würden. A Lane Terrain heißt einfach, dass es das Terrain angleichen soll. Und dann sehen wir hier noch ein paar Daten drin. So. Das Ganze können wir dann ändern. Und zwar sehen wir hier, er benutzt die Lua von der Standard.lua. Und da fangen wir jetzt einfach, da fangen wir jetzt ganz einfach an. Und zwar wer die, wer die Track Rules benutzt, könnte zum Beispiel jetzt hier diesen Dateinamen hier eintragen. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel festlegen, diese Spitzkehre erlaubt nur 80 kmh. Dann müsst ihr diesen Namen hier reintragen. Dann würde hier nachher stehen, Track Rule Underline Basic Underline 080.lua. Or High Speed. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch noch, dann könnt ihr zum Beispiel hier noch so ein High Speed Ding reinmachen. Dann hättet ihr da gleich zwei Versionen von. Wenn ihr das Ganze aber als Brücke möchtet, dann ist es ein bisschen komplizierter. Wir fangen einfach mal damit an, dass wir hier in die nächste Zeile reinschreiben. Edge. Edge Type. Sozusagen, da sagen wir sozusagen, dass es eine Brücke ist. Oh, dann ist es gleich. Entschuldigung, da ist es gleich. Die Anführungsstrichen nicht vergessen. Groß schreiben auch nicht vergessen. Am besten ihr haltet das Video gegen Ende mal an und schreibt es dann wirklich eins zu eins so ab. Komma nicht vergessen. Ihr werdet es auch merken, wenn euch das Spiel beim Laden irgendeinen Fehler ausgibt. Dann guckt euch das Video nochmal an. Guckt euch das Video nochmal an und schreibt es dann wirklich eins zu eins ab. Das ist wirklich, wirklich zu empfehlen. So, da wir eine Brücke haben, soll es natürlich kein Terrain angleichen. Deshalb machen wir das mal aus. Das hier unten können wir alles so lassen. Hier könnt ihr jetzt natürlich wiederum, wenn ihr Drag Rules Plus verwendet, könnt ihr hier diese Datei hier nehmen. Und könnt das hier einfügen. Dann habt ihr jetzt sozusagen, jetzt habe ich ausnahmsweise die erwischt. Dann hättet ihr bei der Auswahl Standard, hättet ihr jetzt ein Gleis mit 120 und bei High Speed können wir beispielsweise das hier nehmen. Und wenn ihr sozusagen bei der Auswahl High Speed das auswählt, hättet ihr ein Gleis mit 200 kmh. Alles andere bleibt, wir haben im Grunde nur diese Zeile hier hinzugefügt und diese geändert. Mehr ist es nicht. Was ihr noch machen könnt, ist hier oben unter Update FN. Das ist bei mir Zeile 37, 38. Hier könnt ihr die Länge der Spitzkehre einstellen. Ich habe es mal mit 5, mit 20, mit 50 getestet. Es geht alles, aber ich denke, unter 5 hat es bei mir Probleme gegeben. Ich weiß nicht warum, ihr könnt es gerne mal austesten, aber ich würde nicht kleiner als 5 gehen. Bitte fragt nicht, warum das nicht geht. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt hier wirklich eingeben 5, ihr könnt hier eingeben 25. Ihr könnt hier eingeben 876, ihr könnt hier wirklich alles mögliche eingeben, aber ich empfehle 5. So, das war es im Grunde. Ihr habt hier, das wollte ich euch gerne noch zeigen, das findet ihr nämlich in dem Mod von den Pond Divers. Und zwar brauchen wir da auch die Luas. Die Luas sind unter der Config, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Es ist ein bisschen kompliziert herauszufinden, welchen Mod ihr hier genau möchtet. Ich wusste zum Beispiel, es ist dieser neue. Das ist jetzt der Look, den ihr vorhin im Video gesehen habt. Das ist der neue Betonlook. Ihr könnt gerne mal alle durchprobieren. Dazu einfach, wie gesagt, hier den Dateinamen nehmen. Copy und hier drüben Paste. Wie gesagt, Punkt Lua nicht vergessen, damit der Mod weiß, auf welche Datei er zugreifen muss. Das Ganze speichern wir dann ab. So, ganz wichtig ist noch diese Construction Datei umzubenennen. Die könnt ihr wirklich umbenennen, wie ihr möchtet, aber ich mache es immer mir ganz leicht. Ich schreibe meinen Namen davor, einen Unterstrich nicht vergessen und dann haben wir hier sozusagen eine neue Construction Datei. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr möchtet. Ihr müsst nur darauf achten, dass keine Construction Datei gleich heißt wie die andere. Das heißt, würdet ihr jetzt nochmal so eine Spitzkehre machen wollen, dann schreibe ich zum Beispiel hier einfach eine Zahl dahinter, eine 2, dann gehe ich weiter mit einer 3, einer 4 und einer 5. Das Ganze bitte auch mit dem Mod-Ordner machen. Also wirklich mit dem Ordner, der in dem Mod-Verzeichnis von Transport Fever drin ist. Der Name muss immer anders sein. Auch nicht den Originalnamen. Der Originalname ist TomRailZickZack. Schreibt, wie gesagt, eure Kürzel davor, ich habe keine Ahnung, K, B oder dann, wenn ihr noch einen Mod macht, macht K, B, 2. Dann sind die auch wirklich schön sortiert. Dann habt ihr die ganzen Mods, die ihr selber umgeändert habt, immer bei dem Anfangsbuchstaben K oder wie bei mir zum Beispiel beim Anfangsbuchstaben J. Und habt wirklich keine Scheu, es zu testen. Ihr könnt das beim bestehenden Savegame machen, ihr könnt diese Datei reinladen, wenn das Spiel nicht lädt, es ist überhaupt nichts kaputt an diesem Spiel. Ihr habt diese Datei reingeladen und das Spiel sagt euch, es ist ein Fehler, weil ihr vielleicht noch irgendwas vergessen habt. Ein Komma, ein Anführungsstrichchen, ein Istgleich, ja. Das sagt euch im Grunde das Spiel auch. Schiebt keine Panik, euer Savegame ist nicht kaputt. Ja. Probiert das so lange aus, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben und dann können wir das gerne mal zusammen angucken. Oder falls ihr da noch einen besseren Vorschlag habt, wie man das Ganze veranschaulichen kann, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, dann kann ich da noch ein Update-Video zu bringen. Das war's im Grunde. Wenn euer Savegame dann funktioniert, speichert es als neues Savegame ab. Bitte überschreibt nicht das alte Savegame. Das sag ich auch schon zum tausendsten Mal, ich mach jeden Tag, mach ich als extra Savegame. Einfach daraus, dass man sein kann, dass ein Mod nicht funktioniert und dann kann ich zurückspringen. Dann kann ich zurückspringen, wenn mal einer nicht funktionieren sollte oder es kann ja auch mal sein, dass in dem Savegame was gespeichert worden oder was falsch gespeichert worden ist, weil dann ist nicht euer komplettes Savegame am Arsch, sondern wirklich nur ein Tag. Und das ist wirklich noch zu verkraften. Das ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Ich weiß, es braucht ein bisschen Speicher, wenn ihr jeden Tag als extra Save macht. Aber wirklich gewöhnt euch das an und dann habt ihr auch wirklich keine Probleme oder ich sag mal wirklich weniger Probleme mit dem Savegame. Falls ihr noch weitere Wünsche habt, was ihr gerne sehen möchtet als Tutorial, dann schreibt es auch gerne unten rein. Ansonsten würde ich mich verabschieden für dieses Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.